Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Aktuell geht es mir gut. Ich habe keine Schmerzen. Natürlich könnte es besser sein, aber ich bin auch der Überzeugung, da ist noch mehr drin. Die größte Motivation für mich ist, eines Tages wieder relativ nah an meinen ursprünglichen Zustand zu kommen. Aufgeben war noch nie eine Option. Ich konnte mir nie vorstellen, dass es so wie es jetzt ist oder wie es war bleiben könnte. Weil es war klar, es muss weitergehen. Für mich war das Schreiben schon immer eine Möglichkeit, um Druck aufzulassen. Und um meine Gedanken einfach mal rauszulassen. Ich habe mit dem Traum geschrieben. Und das war für mich einfacher als mit einem Finger auf einer Tastatur. Ich wollte es zu Ende bringen. Ich wollte zum einen Mut machen für viele, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Ich habe ja auch sehr viele schlimme Schicksale in der Reha kennengelernt. Zum anderen wollte ich mit dem Buch auch auf mich aufmerksam machen. Und dieses Thema sensibilisieren. Einfach damit Menschen merken, wie es aus sein kann. Und wie schnell es sich ändern kann. Das war die ganze Zeit. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020